Dinge, die ich an Bord schon gemacht habe. Wer fliegt denn heute mit? Joko Winterscheid! Okay, heute darf nichts schief gehen. Heute darf nichts schief gehen. Herr Winterscheid, herzlich willkommen an Bord. Hi. Auch Joko ist nur ein normaler Mensch. Frag ihn jetzt ganz normal, was er trinken will. Was möchten Sie gerne trinken? Ein Wasser, bitte. Kann ich den bringen oder ist der zu krass? Hier, Joko, dein Klaas. Wegen Joko und Klaas. Weißt du, ja?